Hallo ihr Lieben, mein Name ist Patrick, ich bin 30 Jahre jung und komme aus dem schönen Köln. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Live Your Dream of Music. Meine Leidenschaft für Video- und Soundtrack-Produktionen entwickelte ich bereits im jungen Alter von 14 Jahren. Bis heute habe ich nicht einmal daran gedacht, damit aufzuhören und meine Leidenschaft immer wieder nur zu erfinden. Vor kurzem nahm ich auch die Drogentechnik in meinem Equipment auf, um so noch spektakulärere Videos zu produzieren. Video und Musik zu verbinden ist bei jeder neuen Produktion immer wieder eine neue Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Das Beste ist auch noch, dass ich all meine Leidenschaft mit euch teilen kann. Auch die vier Jahreszeiten mit ihren unterschiedlichsten Wetterverhältnissen bringen mich immer wieder auf neue Video-Rideen. Wie man hier sehen kann. Das bin ich, verbunden mit Himmel und Erde und im Einklang der Natur. Ihr möchtet mich auf meinem Weg durch die Geschichte begleiten und einen Teil des Ganzen werden? Dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Einfach abonnieren und Glocke aktivieren und schon seid ihr dabei. Das ist mein Kanal, das ist nicht in der Erfolg績ung. Das ist mein Kanal, das ist ein Film, bin ich so. Untertitelung des ZDF, 2020